Hallo meine Lieben, ich stehe hier auf meinem Dach und habe hier schon mal vorbereitet, weil the winter is coming. Wir haben jetzt Oktober. November ist glaube ich noch nicht Winter. Ich bin mir aber nicht sicher, ob November schon Winter ist oder nicht und deswegen habe ich da schon mal was vorbereitet. Also da, ich habe jetzt beschlossen, da unten habe ich ja meine Blumenbeete und die stehen da gerade so schön und ich habe mich da so dran gewöhnt. Ich glaube, die lasse ich da erstmal. Und ich werde dann hier neue bauen und ich brauche für jedes acht Nägel und acht Bretter und das ist richtig viel. Wahrscheinlich werde ich auch noch nicht alle gleich bauen. Keine Angst, wir werden jetzt nicht den ganzen Tag jetzt hier Kisten bauen. Wir werden jetzt noch mal ein paar bauen. Ich habe schon mal ein paar, meine Sägemaschine hier ein bisschen voll gemacht. Wir nehmen jetzt erstmal einen Haufen Bretter mit. Na, wie lange geht das noch? Oh, das klappt ja. Oh, ich kann ja, ich kann ja richtig viel Bretter mitnehmen, ne? Oha! Man, wie ich ein Brett so wenig oder kann ich so viel tragen? So, dann machen wir hier gleich mal, füttern wir die gleich mal wieder. Nicht, dass die sich hier noch langweilt. Und für die Nägel, Nägel waren das, ne? Ja, brauche ich die hier. Ja. Dann machen wir jetzt mal einen Haufen Nägel. Na? Na? Noch einer? Geht noch einer? Geht nicht mehr. Tasche voll. Na gut. Dann machen wir jetzt einfach. Ich habe jetzt auch keine Lust zu rechnen. Ich gucke mal, wie viel ich jetzt fertig kriege. Und dann schauen wir mal. Und da müssen wir sowieso erstmal den Strom in Gang kriegen. Ich war jetzt auch noch einmal in der Mine, dass ich ein bisschen Blei habe. Nachdem ich diesen super Trick mit der Mine festgestellt habe. 60. Komm, dann machen wir mal 70, 80, 70, 80. Dann haben wir schon mal 10 fertig. So. Und dann kann ich hier auch nochmal... Ne, ach, ich bin jetzt sowieso. Die Taschen ist voll. Ach, ich könnte eigentlich nochmal ein Schweinchen mitnehmen. Ah, ne, machen wir jetzt nicht. Ach, ich finde immer noch meine Küche so schön. Gut. Und sobald ich hier die Beete habe, muss ich natürlich irgendwie sehen, dass ich an Strom komme, ne? Das wird irgendwie noch nicht so einfach. Ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal mit den Mittleren hier an. Ach, cool. Ach, ist das schön, wenn man so viel tragen kann, also wie Material vorbereitet hat. Ich meine, dieses Material habe ich natürlich auch alles ran geschafft. Das ist ja nicht von selber entstanden, ne? Aber ich denke mal, diese ewige... Ich besorge dies, ich besorge jenes. Wollte ich euch so ein bisschen ersparen. So, was haben wir die? Ach, komm, wisst ihr was? Die machen wir alle fertig, wenn das so schnell geht. Ich habe so viel Holz gefällt. Also wie Bäume gefällt und so viel. Wieso fehlt denn jetzt ein Nagel? Ach, so weil ich da einen reingetan habe. Echt? Na gut. Denn füttern war mal unsere Supermaschine da. Oh, ich liebe diese Sägemaschine. Was sagten die überhaupt immer noch so viel? Die ist so toll. Das macht so einen Spaß mit dem Ding zu arbeiten. Also, man muss ja gar nicht arbeiten. Man muss ja nur Sachen reinpacken. Der Rest geht ja von selber, ne? Ding, 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 ding Nägel, echt. Kommen die mal jetzt alle mit. Ja, das ballern wir jetzt fertig da oben. Dann kann ich schon mal wieder ruhig schlafen. Und dann, als nächstes, möchte ich dann endlich Strom machen. Ah, ich bin so gespannt. Huch. Und jetzt ist das wohl so, dass man ja immer die Sachen anschalten muss. Ach, siehst du, ich muss dieses Wasserhaus noch bauen. Dann ist mir der Strom ja noch gar nichts, bis ich das Wasser in der Haustich habe, ne? Ach, das muss ich ja auch noch machen. Oh, es gibt viel zu tun. So, das ist fertig. Das noch. So, das ist das alle. Na, die da hinten können wir ja erstmal lassen. Ich finde, das reicht auch erstmal so. Dann brauchen wir nochmal 1, 2, 3, 4, 5 mal 8. Also nochmal 40 Bretter. Nochmal eben 40 Bretter. Das ist aber doch eine ganze Menge, ne? Aber wie gesagt, ich habe ja nicht umsonst hier so viel Holz reingeschafft. Soll sich ja auch gelohnt haben, ne? Ist da eigentlich auch was drin? Ne. Schon sind meine Vorräte wieder alle. Und immer wenn ich jetzt ausmache, dann fülle ich immer hier die ganzen Regale wieder voll. Oh, damit wir, wenn wir spielen, Sachen haben. So, ich weiß jetzt nicht. Keine Ahnung, ich nehme jetzt einfach mal mit. Ich habe keine Lust zum Zählen. Ich glaube, ich kriege sowieso nicht alle mit. Wir werden es sehen. Das gibt viel zu tun. Und das macht so einen Spaß. Jetzt ist die Frage, mache ich erst das Wasserhaus oder erst Strom? Ich meine, ohne Strom nützt das Wasserhaus nichts. Ohne Wasserhaus brauche ich keinen Strom. Da brauche ich sich die Kaste und Schwanz, wie es so schon heißt. Oh, habe ich schon eine mit? Echt? Habe ich noch mehr? Zwei habe ich noch. Hm. Oh, ich mag das Gewächshaus hier. Lampen habe ich auch schon vorbereitet. Da braucht man Pflanzenfasern und Eisenbrocken. Oh, die muss ich noch machen. Warte mal. Ich finde, glaube ich, die Anordnung ganz gut. Ich glaube, die lasse ich auch so. Ich werde das gar nicht alles brauchen. Aber was ich habe, habe ich, ne? So, das ist alle. Dann ist das schon mal vorbereitet. Was war es jetzt? Pflanzenfasern und Eisenbrocken. Stimmt, Eisenbrocken. Eisenbrocken haben wir hier ja zufällig gerade. Aber die werden nicht reichen. So, dann. Aber das macht nichts. Wir haben ja genug Steine. Kann ich auch gleich von draußen mal wiederholen. Der läuft die ganze Zeit draußen und macht nur Steine. Äh, Pflanzenfasern. Aber gut, dass ich die immer aufhebe. Das braucht man nämlich doch eine ganze Menge. So, dann machen wir mal die mit. Dann können die Nägel, können jetzt weg. Ich glaube, die Nägel brauchen wir nicht mehr, ne? Hatte ich alle fertig mit Nägeln? Schon wieder vergessen. Für die Nägel kann ich auch in Taschen behalten. Braucht bestimmt noch mal für irgendwas. So. Die waren fertig. Eine ist fertig. Eine ist fertig. So, dann habe ich mir gedacht, war hier hinterher auch nur eine? Gut. Gut. Obwohl, Tagsüber müsste es jetzt auch nicht an sein. Aber eigentlich ist es ja ganz schön, wenn die brennen, ne? Kann man von Weitem immer so sehen. Obwohl ich überlege gerade... Warte mal. Ist nicht so direkt am Fenster stehen. Ja, so da. Da so zwischen. Das steht auch relativ mittig. Ja, das passt schon. So, machen wir den auch an. Dann sieht das schön aus, wenn man hier oben hochkommt. Hat man schönes Licht. Ich weiß gar nicht, ob das auch das Gewächshaus heizt, wenn die Öl haben oder ob die überhaupt keinen Ausfluss haben. Kann ja auch sein. Ich weiß es nicht. So, hier brauchen wir noch eine ganze Menge Bretter. Ach so, hier brauchen wir auch noch Nägeln. Ach komm, dann. Wenn schon, denn schon. Machen wir jetzt alles fertig. Sind die Bete fertig? Muss ich mir da nicht mal drüber nachdenken. Ich glaube, die habe ich jetzt... Also auch noch. Auch noch. Sind die schon mal soweit vorbereitet. Komme ich mal einmal alles fertig. Weil ich hatte mich überlegt, ich will ganz viele Kartoffeln machen. Und den Kartoffeln dann... Ich muss mal gucken, ob ich diesen Ölsauger noch mache. Ich habe immer noch nicht... Wollte mal gucken. Kann man in diese Kreismaschine... Muss man da Öl haben oder kann man da auch diesen Biotreibstoff einfüllen? Das weiß ich nämlich gar nicht. Noch gar nicht probiert. Weil ich habe nämlich jetzt gesehen, dass hier auch steht Öl hinzufügen. Und hier steht auch Öl hinzufügen. Dann kann man ja aber vielleicht auch den da reintun. Ne, der geht nicht. Ah, der geht ja nicht. Okay. Wieder was hier leert. Gut, der geht da nicht. Das heißt, dann brauche ich doch früher oder später Öl. Ich meine, jetzt habe ich ja noch so viel Öl. Mal gucken, wie lange ich damit klarkomme. Der braucht ja irgendwie total wenig Öl. Und der verbraucht ja scheinbar nur Öl, während er läuft. Also so gesehen kann ich da immer fleißig Öl nachfüllen. Und habe dann immer Öl. Obwohl jetzt... Ach, siehst du, ich wollte ihn ja noch woanders hinstellen. Ach, das weiß ich natürlich jetzt nicht. Ob das Öl dann weg verschwindet, wenn ich den umstelle. Bei den Mineraldingern, da passiert das nicht. Aber bei anderen Sachen... Die hören ja dann auf. Deswegen ist mir jetzt ein bisschen zu riskant, den umzustellen. Hätte ich mal eben doch nicht so viel reinfüllen sollen. Ich wollte den ja noch woanders hinstellen. Ach, doof. Na gut. Naja, ist jetzt wie es ist. So schlimm ist es ja auch nicht, dass er hier steht. Ich hätte ihn zwar gerne dann irgendwie in der Werkstatt, wenn ich die dann mal irgendwann fertig habe. Die soll ja... Hier soll ja eine Werkstatt hin. Und da muss ich mal gucken, wie ich das überhaupt hinkriege. Die werde ich auch auf diese Höhe machen müssen, weil das sonst mit den Pfeilern wahrscheinlich nicht passt. Obwohl ich die lieber niedriger gehabt hätte am Boden. Aber dann geht das irgendwie, glaube ich, mit den Pfeilern nicht. Hatte ich schon mal irgendwann mal im Testspiel probiert. Mit den Pfeilern stehe ich ja eh so auf Kriegsfuß. Ja, aber weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ich weiß gar nicht, wenn man jetzt hier Saat zufügt, verschwindet die eigentlich? Mal testen. Habe ich irgendwas dabei? Nee. Wie? Ich habe keine Saat dabei. Ich habe sonst immer Saat dabei. Oh, es fehlen nur noch. Warte mal hier. Acht und drei. Dann haben wir es auch schon. Macht elf. Das kann ich noch im Korb. Elf. So. Wah. Wie steht hier noch so eine Treppe? Sind aus in der Gegend rum. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. So. Die kann ja dann auch mal weg, ne? Oder mache ich das so hoch, die Werkstatt? Mache ich die direkt hier dran? Eigentlich will ich diese Doppeltreppe nicht mehr haben. Ich habe auch überlegt, ich hätte hier gerne vorne eine Terrasse. Also das gefällt mir alles so nicht so richtig, wie das jetzt ist. Ich hätte jetzt hier gerne irgendwie noch hier so eine Terrasse vorne vor. So, dass man hier so, whoop, gleich direkt reingeht. Wenn man die Tür aufmacht, so der Treppe steht, das finde ich nicht so schön. Das möchte ich auch noch ändern. Aber, kommt alles nach und nach immer wieder hoch. So. Jetzt würde mich mal interessieren. Jetzt nehme ich mal eine Saat. Ich habe ja alles massenweise. Und mache da mal welche rein. Und gucke mal, was passiert, wenn ich da nichts mache. Gurken habe ich erstaunlicherweise so wenig. Gefühlt habe ich eine Million Gurken gefunden unterwegs. Wieso habe ich denn so wenig Gurkensaat? Ach, ne, hier. Ach, genau. Wollte ich gerade sagen. Gucken müsste doch eigentlich am meisten sein, weil ich jetzt gerade ein bisschen verwirrt. So, der Plan ist hier, das sollen alles Kartoffeln werden, weil damit will ich Biodiesel machen. Dafür habe ich ja meine beiden Kartoffelkisten. Da kommen dann die Kartoffeln rein zum Vergammeln. Da brauche ich nicht immer Fisch fangen dafür. Und dann habe ich mir überlegt, dann mache ich jetzt hier eine Melone rein. Da soll Melone rein. Und da soll Melone rein. Und da kommen auch zwei die anderen Melonen rein. Und dann kommt hier auf einen, kommt hier, kommen Gurken rein. Und dann kommt, was ist das hier, Gurken? Da kommen Gurken rein. Und da kommt Mais rein. Für meine Dosen, für die Rationen. Und so. Ja, und in der Mitte kommt alles an Kartoffeln rein. Also ich will doppelt so viele Kartoffeln haben, weil erstens braucht man mehr Kartoffeln, weil man es ja auch für den Eintopf braucht und für die Rationen braucht und überhaupt und für die Dosen. Und zum Vergammeln will ich die haben, weil Kartoffeln sind so schön klein. Passt super in die Gammelkiste rein. So. Und jetzt machen wir das jetzt noch mit dem Strom. Ja, natürlich machen wir das noch mit dem Strom. Nee, erstmal muss ich mir das Haus überlegen. Wo stelle ich das denn hin? Kann ich das hier oben hinstellen? Äh, sonstiges. Das ist das hier, Wasserhaus. Das kann man hier oben gar nicht draufstellen. Muss das unten stehen vielleicht. Das kann man hier nicht hinstellen. Wollen wir mal nach unten gehen? Na gut. Das muss schon mal, das hat ja auch unten so ein Podest. Das muss schon mal auf dem Boden stehen. Das überlege ich mal. Ach, geh weg. Ob ich das hier hinstelle? Ah, da ist ein Fenster, ne? Vorne will ich ja vielleicht noch eine Terrasse bauen. Da will ich mir das jetzt nicht vollstellen. Warte mal. Jetzt stehen die Dinger hier alle rum, ne? Die müssen sowieso erstmal weg. Die müssen erstmal weg hier. So. Na? Komm her hier. Da will ich meine Werkstatt haben unter der... Unter dem Gewerkshaus. Ach komm, dann packen wir die da noch rein. Wenn ich noch welche brauche, hole ich mir halt welche. So. Das kommt erstmal dahin. Ich weiß nicht, wo ich die hinterher hin packe. Aber erstmal müssen sie jetzt hier weg. Ich muss einmal das Baugebiet freiräumen. Was soll das denn jetzt? Gehst du mal weg? Speer. So viele habe ich gemacht. Echt? Ich kam mir gar nicht so viel vor. Vor allem ist es immer erschreckend, wie schnell die mal wieder leer sind. Ach, da habe ich ja auch noch Bretter. Hach. Da sind ja auch noch Bretter. Das ist doch die Frage, ob ich die überhaupt noch brauche. Ach siehst du, muss ich da runternehmen, sonst kriege ich die Bretter, die Sägemaschinen nicht weg. Dann nehmen wir die auch nochmal runter. Brauche ich für irgendwas Bretter. Ich brauche ja gleich wahrscheinlich irgendwie Bretter. So. Na komm, das kann man jetzt ja trotzdem mal wegstellen. Stehen da, Schatz, war so schön, aber die stehen eh schief, habe ich festgestellt. Das habe ich im Vorbeiging gesehen, dass die so Bogen stehen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die noch alle behalte. Weil eigentlich brauche ich die gar nicht mehr. Ich glaube nicht, dass wir irgendwann, aber na gut. Ach, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich kann mich immer so schlecht trennen. So. Da soll jetzt die Werkstatt runter. Und eigentlich müsste die ja genauso groß sein, wie das da oben. Will ich aber eigentlich gar nicht. Und ich will auch gar nicht so viel bauen. Also fangen wir mal an. So. Machen wir mal ein, da ein hin. Da ein hin. Türe tischen. Vielleicht mache ich da auch eine Terrasse drumherum. Kann man hier eigentlich auch bauen. Gleich. Ja, ne? So. So. Muss mir das gleich mal angucken, wenn das so wäre, so groß wieder oben. Finde ich jetzt bald ein bisschen groß für eine Werkstatt. Aber ich habe mir so überlegt, also unten ein Podest muss ich ja sowieso machen. Wow. Sonst kann ich ja keine Wände und nichts ziehen. Ach, das passt jetzt mit dem nicht. Und dann mache ich hier so eine, offene Veranda drumherum irgendwie. Ist schon die im Weg. So was doof ist. Oh Gott, das wird ja eine Bauerei. Das wird eine furchtbare Bauerei. Ey, wie sieht das cool aus. Oder ich mache so eine offene Werkstatt. Gar nicht geschlossen. Da muss ich mal überlegen, wie ich das mache. Also die Grundfläche müssen wir so machen wie oben, sonst sieht das komisch aus. Weil das oben muss ja irgendwie abgestützt werden mit Pfeilern. Nicht, dass man so das Gefühl hat, das schwebt so in der Luft. Aber ich glaube, ich glaube, ich mache die gar nicht zu mit Tür. Ich glaube, ich mache die offen. Mir geht es ja nur darum, dass das Holz und alles so, dass das im Trockenen steht. Das überlege ich gerade. Man kann doch auch diese, kann man da nicht an der Seite so so Wände bauen. wenn man sowas an der Seite baut. Aber die bis oben hin hin bauen könnte, wäre toll. Wenn man die so macht, kann man denn die, die kann man doch auch hoch machen. Also da. kann man die da oben rauf machen, so direkt übereinander. Also müssen wir natürlich auch treffen, jetzt ist das natürlich irgendwie ein bisschen schief, ne? Wenn man die so drunter macht. Ich weiß noch, ich habe die total schief gemacht. Das ist doch Quatsch. Den machen wir mal wieder weg. So. Wenn man sowas hier so als Wand macht. Ich muss mal gucken, ob das geht. Aber man kann ja immer nicht alles überall bauen. Das ist ja immer das Kreuz. So muss es hin. So, da kann man es bauen. Und wenn ich jetzt jetzt nach oben gehe, kann ich das da drunter bauen? Oh, da geht es nicht mehr. Warum nicht? Warten wir noch höher. Ich will das, bis das zur Decke rangeht. Ist das jetzt an der Decke dran? So, ist das an der Decke dran? Wieso kann ich jetzt nicht weiter zurück? Das kann man aber auch echt doof sehen, ne? Wahrscheinlich weiß das Programm jetzt nicht, was ich von dem will. Da will ich das drunter haben. So, so irgendwie. Kann nicht so schwierig sein. Das kann auch nicht so schwierig sein. Man kann die irgendwie übereinander bauen. Das habe ich schon mal getestet. Aber irgendwie nicht immer da, wo man will. So. Wenn ich jetzt hier hoch mache. Da geht es. Steht es jetzt richtig an der Ecke? So, nehmen wir mal an, ich werde da. Kann ich jetzt da noch einen draus setzen? So direkt da ran. Warum snappt das nicht? Müsste das nicht irgendwie so zusammen snappen? Ich habe mich ja nicht getroffen. Warte mal da. Snappt da an. Ich stehe jetzt runter, mache. So hätte ich das gerne. Aber so geht es schon mal nicht. Warum nicht? Vielleicht, warte mal. Es geht echt weg. Weg, weiter. Nicht zu. So, den machen wir wieder weg. So, den weg. Ja. Ne, der ist ja auch nicht richtig dran. Hat er zwar so schnippt gemacht, aber er ist nicht richtig dran. Ich hätte den, diesen Zaun, gern sozusagen als Stütze. Aber es geht irgendwie nicht. Es geht irgendwie nicht. Na gut, da muss ich nochmal alleine ohne euch rumfisseln, ob ich das hinkriege. Äh, aber ich fürchte, dass das nicht geht. Vielleicht muss ich erstmal dieses Ding hier fertig bauen. Und nochmal gucken, ob wir da oben rankommen oder nicht. Ich brauche mal ein, ein so ein Ding muss ich mal fertig haben jetzt. Ach, siehste, ich könnte mir auch mal, oh, die verbesserte Werkbank will ich noch haben, damit ich mir jetzt endlich so eine Eisenachse machen kann. Aber jetzt habe ich schon so viele Echse im Voraus gemacht, so Stein-Echse da in meinem Werkzeug-Dingens. Die werde ich jetzt erstmal aufbrauchen. Und dann, und dann. Hä? Was ist denn noch mehr? Gut, schon wieder vergessen, wo ich den Baum gefällt habe. Da. Fehlen da noch zwei. Es ist noch fünf. Zwei müssen noch irgendwo gewesen sein. Seien sie runtergefallen jetzt? Oder wo sind die hin? Hm. So. Komm ich da nicht hoch irgendwie? Nee, ne? Komm ich nicht hoch. Aber vielleicht, wenn ich mir so ein Ding daran stelle. So. Und darauf. Und dann darauf. So. Damit man hier mal richtig gucken kann. So. Wenn ich da jetzt... Wenn ich da jetzt so eine Säule auf der Ecke stelle. Geht genau bis oben. Das geht. Vielleicht ist das da wirklich offen. Ich hätte zwar lieber... ... ... ... ... ... ... Das geht auch. Ist das denn gleich hoch? Das kann ich natürlich nicht sehen, ob das jetzt gleich hoch ist, weil dann falle ich jetzt hier runter. So, nehmen wir mal an. Ich würde es jetzt da hinstellen. Sind die gleich hoch? Nee, die sind nicht gleich hoch. Warum sind die denn nicht gleich hoch? Manu! Warum gehen die nicht bis oben? Aber ich könnte natürlich überlegen... ... ... ... ... ... Darf ich da oben... Snap da einer ran? Das ist doch eine Decke. Da müsste doch sowas rangehen. Oder geht es jetzt nicht mal... ... weil der Zaun da steht wahrscheinlich, ne? Das ist doch eine Decke. Da muss doch eine Halbwand rangehen. Warum denn nicht? Hier geht es ja doch auch ran. Nee, warte mal. Das wäre auch eine Idee. Warte mal, wenn ich den so mache. So, und dann... Das macht jetzt mal wieder weg. Und das kommt wieder weg. Das ist aber auch echt alles schwierig. Ich will dieses Gitter haben. Ich weiß auch nicht, warum. Das habe ich mir irgendwie gerade in den Kopf gesetzt. Ich meine, ich könnte es natürlich auch so machen, und damit sollen, ne? Aber irgendwie... Irgendwie wichtig, Stink. Was fehlt denn da in der Luft, ne? Ich könnte natürlich das jetzt so... Alles Gute, werde ich rauf. Ich komme mir gerade so blöd vor. So. Das kann man doch auch hochschieben. Geht aber nicht hier. Mausrad drehen. Geht hier nicht. Okay. Geht nicht. Und warum kann ich dann oben keine halbe Wand ransetzen? Müsste doch gehen. Oder ich muss jetzt erst hier eine halbe Wand bauen und auf die halbe Wand wieder eine halbe Wand und dann die untere abreißen oder so. Das ist ja auch bescheuert. Alles nicht so einfach. Ich meine, aber andererseits muss ich gerade sagen, dass das jetzt hier mit den halben Wänden, wenn man so rüber gucken kann, auch gar nicht so doof aussieht. Geht da jetzt noch eine in die Ecke rein oder geht das jetzt nicht mehr? Oh, die Wand da ist. Alter. Hoch geht. Das muss ich mir mal angucken, wie das aussieht. Weil die kann man hier hingehen, kann so rüber gucken. Das ist gar nicht so schlecht. Ich möchte die gar nicht ganz zu haben. Warte mal. Hier machen wir noch so die Bretter. So, jetzt holen wir uns nochmal irgendwie hier ein Brummchen. Versuch macht klug, ne? Wie das auch schon heißt. So, was braucht der eigentlich? Holzscheit und zwei Bretter. Okay. Machen wir den auch gleich mal fertig. Ich will mir das mal angucken. So. Oh, da muss ich auch noch irgendwie überlegen, wie ich da hochkomme, wo ich da eine Treppe mache. Aber da einen hin. Da einen hin. Und der braucht zwei Holzscheit. Nimmt ja kein Ende hier, ne? Wie geht es denn mir so? Eigentlich? Oh, gar nicht so gut. Warte mal. Dann mache ich mal den hier essen. Und die muss bestimmt auch weg. Den essen. Trinken. Trinken. Und den noch. Dann habe ich ein bisschen Energie. Ich muss gleich mal schlafen. Oh, komm. Ich gehe mal eben schlafen. Man muss ja nicht mal alles an einem Tag fertig kriegen. Ich weiß auch gar nicht, warum ich die Tür immer zumache. Oh, siehst du, wo ich den Ständer hier sehe. Ich muss natürlich auch noch Winterklamotten kaufen. Äh, kaufen, sage ich schon. Bauen. Das habe ich auch noch gar nicht umgekümmert. Es gibt noch so viel zu tun. Hier habe ich ja schon mein Kühlschirt aufgehängt. Ich finde das total schön. Hier mein Schlafzimmer mit dem Kleiderständer. So. Ich renne die ganze Zeit mit dem Eisenbarren durchgegangen. Kann ich noch was zu trinken? Nicht wirklich. Aber. Ich habe ja mal heimlich die ganzen Flaschen voll gemacht. So. Ist die leer, ne? Ja, die ist leer. Dann nehmen wir es mal eine volle. Und dann brauche ich noch irgendwie Protein. Das war hier in meinem Pfannekuchen. Habe ich noch einen? Ne, habe ich nicht. Äh. Muss ich mal erstmal wieder was jagen. Da habe ich doch bestimmt noch hier irgendwas getrocknetes, ne? 4. 14. 14. 14. 4. 4. 4. 4. 4. 5. 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 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 7. 7. 7. 9. 11. 9. 7. 10. 9. 10. 10. 10. 11. Finde ich eigentlich ganz schön. Weil diese Säulen passen auch gut zu diesem Geländer. Das finde ich doch, das gefällt mir. Kann man auf die Säulen einfach dazwischen stellen, obwohl dazwischen brauchen keine. Dann kann man hier so runter gucken. Und ich finde so eine Säge und solchen Kram und Holz, das muss ja nicht in einen geschlossenen Raum rein. Das hat man ja so auch in einer Scheune stehen oder in einer Garage in so unbeheizten Räumen. Ich finde, das ist okay so. Es ist bloß die Frage, wie das im Winter ist. Wenn ich im Winter irgendwie heult, obwohl, da muss ich ja auch raus in Wind und Holz fällen. Also muss ich ja auch nach draußen. Jetzt überlege ich, aber ich glaube, ich lasse das auch von der Größe so. Was fehlt denn hier noch? Bretter oder Holzscheite? Habe ich noch Bretter in der Tasche? Ne, jetzt nicht mehr. Das machen wir auch. Und dann stelle ich mir hier irgendwie das Dach, die ganzen Sachen hin, die ich so brauche. Weiß nicht, die Werkbank werde ich vielleicht drinnen behalten. Vielleicht mache ich hier nur die einfache Werkbank. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Weiß ich noch nicht. Und dann wird das hier so schön... Ach, da kommen überall so Säulen hin. Das mache ich auch. Das gefällt mir richtig gut mit den Säulen. Das gefällt mir... Juhu, dann kommt hier noch eine Säule hin. Da. Anders geht sie noch nicht. Und hier kommt dann rundherum... Rundherum. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Dieses Ding. Das finde ich... Ach, das ist ja... Holzdachgiebel ist das. Ah, das wäre die Innenholzwand. Die ist so. Ah. Das gehört eigentlich gar nicht. Ach, deswegen geht das nicht oben. Die wäre jetzt oben gegangen. Wo war sie? Eben war sie. Da oben da. Die wäre oben gegangen. Will ich aber gar nicht. Ich finde dieses niedrige als Geländer, finde ich das perfekt. Das passt total. Das ist die halbe Wand. Ah. Dann hätte man mehr so Schutz. Kann man sich überlegen. Ob man das hier an dieser Seite vielleicht irgendwo macht. Mit der halben Wand. So da. So was zum Beispiel, ne? Dass man da noch so durchgucken kann. Ah, muss ich mal gucken. Obwohl ich das eigentlich so ganz schön... Ich hätte oben gerne auch noch so ein Giebelding. Und das geht schon mal. Oben kann man die nicht antickern. Ne. Ich finde dieses Giebelding als Geländer, finde ich das perfekt. Holzdachgiebel heißt das. Ah, Testivision. Finde ich genau die richtige Mischung so zwischen Geländer und Erfolg. Da ging's. Da geht es. Okay. Willst du es nicht hier mit X höher machen? Ne, geht nicht. So könnte man das noch hinmachen. Das wäre ja auch ganz witzig, ne? Falls man noch mal ein bisschen Schutz haben will. Aber man kriegt es nicht oben ran. Oben geht es nicht. Ne. Irgendwie finde ich es so ganz gut. Ein Holzstatt, zwei Bretter. Kommt, das machen wir jetzt auch noch eben. La la la. La 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 la. Da muss ich mir überlegen, ob ich das so mache, dass ich von beiden Seiten hochgehen kann. Oder nur von einer Seite. Also, ich lade sie jetzt auch immer aufs Haus rum, obwohl ich kann ja auch hier reingehen. Ich muss ja gar nicht immer im ganzen Haus rumrennen, ne? Weiß auch nicht, ob ich das immer mache. So, zwei Bretter. Hast du noch Bretter für mich, Maschine? Jede Menge. Oh, dann heißt das wohl mal wieder Holz suchen. Und dann bin ich froh, ob ich diese Ständer hier nicht mal wieder einräumen kann. Dass die hier wieder verschwinden. So. So, da kommt nur Holzscheite. Da sind schon Bretter. Kann ich ja durchrennen? Ist ja auch ein bisschen seltsam, ne? Dass das so geht. Gut, jetzt komme ich da gerade gar nicht mehr rauf, aber egal. Ne, ich muss dieses fertig machen, damit ich da raufkomme. Ach, da geht noch. So, ich muss das fertig machen. Ich muss in meinen Wagen, eigentlich mein Bullerwagen. Da hinten ganz. Ich habe mich da so eingebaut. Irgendwie mag ich das überhaupt nicht, wenn man so an irgendwas arbeitet und sich selber so zubaut. Also, wenn ich selber was baue, dann sehe ich immer zu, dass ich alles so wegpacke wieder. Und dass man überall flüssig rankommt. Wie kann ich das gar nicht ab, da jetzt, so wie das jetzt gerade ist. Aber es ist ja nur temporär. Das macht so... Man denkt ja, man muss immer so, oh, so noch mehr Bäume und noch mehr Bäume fällen. Aber es macht so einen Spaß, diese Bäume zu fällen. Weil diese ganze Art des Aufnehmens, sodass man nur drei Scheite tragen kann und die dann in so einen Wagen packt. Das gefällt mir echt total gut. Das macht richtig Spaß. Auch wenn ich jetzt nur mich mal noch verklicke. Wenn ich jetzt einmal zu oft auf E drücke, dann nimmt er halt den Wagen hoch. Aber mit der Zeit... Ich merke schon, dass das so langsam besser wird. Am Anfang war das noch hakeliger. Jetzt fahre ich mal hinten rum. Alles scharf. Braucht eigentlich nochmal einen Eintopf. Da habe ich aber hier keinen Bogen mit, ne? Da habe ich weggepackt. Ach, und das Geländer wollte ich ja auch noch machen. So, jetzt mache ich das jetzt mal fertig. Und mal gucken, ob ich da jetzt irgendwie... Gucken wir mal auch nochmal drei. Ob ich da mal irgendwie eine Treppe hinkriege. Ich glaube... So. Ich glaube, ich mache hier an der Seite... Nee, ich glaube, ich mache da die Treppe hin. Da kann man sich überlegen, ob man hier hinten diesen Ölsauger hinstellt. Der steht ja nicht so vorne, direkt vorm Haus. Und... Man hat dann hier wie so ein Tor, wenn man da jetzt... Ja, ich glaube, das mache ich. Das geht jetzt wahrscheinlich wieder nicht, weil das Heus hier rumsteht, ne? Mal gucken, ob das geht. Ich will nur mal gucken, wie die aussieht. Total, hier gibt es ja auch nur die eine Sorte, glaube ich, ne? Oh, passt sofort gleich. Na gut. So, dann können wir ja auch noch nicht hochgehen. Jetzt muss ich die mal fertig machen, damit ich endlich mal hochgehen kann. Weil es nervt mich gerade ein bisschen. Drei Holzscheite, vier Bretter. Da haben wir doch alles. So. Und damit ich endlich mal diese ganze Ständer hier wegstellen kann. Weil die jetzt immer drum herumrennen muss. Das nervt mich gerade so ein bisschen. So ein bisschen. Ich will da gleich mal mehr mitnehmen. Das ist auch schon wieder eine. Oh, der kommt nix nach. Ich glaube, die werde ich dann auch alle wirklich da oben hinstellen. Ah. Schon gut, können wir ja hochgehen. Jetzt haben wir ja irgendwo schon Holzscheite drin. Ne. Ich glaube, zwei sind da drin. Das geht doch schneller als gedacht, ne? Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so schnell geht. So. Und dann kommt hier, da kommt jetzt wieder so eine, nicht da, da, da kommt der hin. Und jetzt ist die Frage, kann man wohl in die Ecke auch eine Säule so aus optischen Gründen? Also hier kommt auf jeden Fall eine hin. Kann man hier eigentlich auch eine hinstellen? Schade eigentlich, ne? Wäre jetzt schön, wenn da auch so eine stehen würde. Aber es geht irgendwie nicht an der Wand. Hätte ich jetzt gerne auch noch eine hingestellt. Na gut. Denn nicht. Denn eben nicht. So. Ach, jetzt habe ich noch ein Brett. Jetzt soll es doch mitkommen. Jetzt kann man überlegen. Die sind niedrig. Die kommen hier unter das Fenster. Die Bretter. Naja, wahrscheinlich. Na, jetzt tut das mal. Wahrscheinlich stelle ich das eh noch fünfmal um. Und so muss ich jetzt wieder aufpassen. Ich stelle mal ein bisschen weiter nach vorne, glaube ich. Mal gucken, wann ich jetzt das reinmache. Nicht, dass die da wieder durch die Wand durchgucken. Das habe ich mir schon ein paar Mal gehabt. Jo, das war mir ja wieder klar. Da hakt es noch so ein bisschen. Das sieht immer schon doof aus, wenn die die Bretter so durch die Wand gucken. Was war das? Den. Dann wollen wir den da wieder hin. Den kann man ja auch mit Bretter verschieben, Gott sei Dank. Warte, warte, muss der so ungefähr, ne? So. Das müsste passen, ne? Ja. So passt das. Irgendwie verschwindet dieser weiße Punkt auch immer. Das irritiert mich total. Dieser weiße Pindarek da. Jetzt ist er gerade wieder da in der Mitte. Aber zwischendurch verschwindet der immer. So. Jetzt nur einmal ordentlich hinstellen. Ach, ist das schön. Ich glaube, die wird gut. Das wird keine Werkstatt mehr, so ein Werkschuppen. Habe ich beschlossen. Da steht ja schon mal ein bisschen weniger draußen rum. Na? Das. Ne, das ist die Sägemaschine. Da muss ich noch überlegen, was ich damit mache. So. Ich finde, das macht schon einen ganz guten Eindruck, ne? Irgendwie. Das sieht ein bisschen aus wie so eine Range, ne? Ah, und da oben muss auch noch dieses Geländer fertig. Aber die brauchen Gott sei Dank nur zwei Holzscheite. Das werde ich auch, glaube ich, mit als nächstes machen, damit das ein bisschen schön aussieht. Und das gefällt mir richtig gut. Und dann werde ich auf der anderen Seite, mache ich die Treppe weg und mache die genauso wie hier auch. Dann habe ich die linke Seite, wo man nicht durch muss. Dann hat man nur in der Mitte so einen Gang. Und kann dann rechts, links die Sachen verteilen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Ah, und dann könnte ich ja auch hier jetzt... Warte mal. Ne, hier ist ja auch eine perfekte Ecke. Genau. Deswegen, wo ich da überhaupt drauf gekommen war. Übrigens. Deswegen, wo ich da überhaupt mit angefangen habe. Weil ich ja das Wasserhaus aufstellen wollte. Hat das eine Tür eigentlich? Da ist eine Tür. Was ist das dazwischen? Komm. Da. Da so hin? Gehst du da jetzt hin oder nicht? So. Ha. Ich finde, das passt perfekt. Kleines Haus neben großes Haus. Das passt super da hin. Und auf der anderen Seite werden wir ja auch so eine Lücke haben. Da kann ich dann überlegen, ob ich diesen Ding ins Kirchen da mache. Obwohl, das steht jetzt vorm Fenster, ne? Ne, da ist ja gar kein Fenster. Ne, das Ding hat ein Fenster. Das ist jetzt zugestellt. Aber naja gut, irgendwie rum muss es ja stehen. Ne, das Fenster ist ja noch offen. Da hier kann man quer durchgucken. Da kann man in die Küche gucken. Mann, ich habe mir so lange Gedanken gemacht. Aber wenn man erst mal so anfängt und so hin und her tüdelt, dann geht es doch schneller als gedacht. Jetzt mache ich hier mal den. Ich mache den mal fertig. Wenn man schon mal so grob sieht. Das gefällt mir richtig gut. Also diese Brüstung da. Jetzt wirkt das auch nicht mehr so falsch, dass da oben das Gewächshaus so in der Luft steht. Und dadurch, dass es hier so ein Flachdach ist und kein schräges Dach und so vom Stil anders ist, dann sieht das ja auch wirklich aus wie so ein Schuppen. Das ist hier ein Haus. Das hat ja dieses Lehmdach. Was man jetzt ganz schlecht sehen kann, weil die blöde Sonne gerade dagegen scheint. Und weil da oben dieser angezeichne Zau... Ich weiß noch nicht, ob ich den lasse auf dem Dach. Muss ich mir aber überlegen. Aber das sieht ja ganz anders aus. Kann man das mal fliftig sehen? Irgendwo. Vielleicht von hier oben. Von hier oben. So, mal gucken. Naja, so richtig sehen kann man es auch nicht. Irgendwie gibt es hier keinen vernünftigen Aussichtspunkt. Ah doch, von hier vielleicht. Home sweet home. Geh mal weg da, Blumen. Dann siehst du, hier ist doch schön. Hier ist... Hier gefällt es mir. Ich schnipps. Ja, und die Treppe da vorne, die kommt weg. Die linke. Und dann kommt da vor das Haus vielleicht noch eine Terrasse. Dann muss ich mal gucken, wie ich das integriere mit der Werkstatt. Ob man dann von der Terrasse zur Werkstatt rumgehen könnte. Das wäre vielleicht gar nicht so doof. Da, wo jetzt ein Vogel gerade aus meinem Haus kommt. Ja, das mache ich, glaube ich. Und dann mache ich vor dem Haus eine Terrasse. Und auf der Terrasse kann man dann so um Bogen in die Werkstatt gehen. Dann überlege ich, dann brauche ich da auf der Seite gar keine Treppe. Dann kann ich das auf der Seite komplett zumachen. Das ist, glaube ich, ein guter Plan. Und wenn dann überall diese Holzbalken und diese senkrechten Säulen. Ich glaube, das sieht richtig klasse aus. Und oben meine Solartechnik da. Und jetzt sieht man auch, wie schön dieses Dach da oben geworden ist. Also dieser Treppenaufgang. Ja, ich lasse den Zaun auch rundherum, weil so geht der komplett einmal rundherum. Auch über das andere Dach. Das passt so zusammen. Wenn der vorne aufhören würde, wäre, glaube ich, komisch. Da muss ich mal gucken. Ich mache erst mal den Zaun da fertig bei dem Gewächshaus. Und dann gucke ich mal, wie das aussieht. Weil er nicht mehr so weiß oder braun ist. Und dann überlege ich, ob ich den hier so links rüber mache. Da zur Tür hin. Oder ob ich das über dem schwarzen Dach auch mitmache. Vielleicht sieht das aber auch anders besser aus. Mal gucken. Ja gut. Okay. So viel dazu. Home is my castle. Ich bin jetzt aber erst mal zufrieden. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns morgen wieder. Und ich werde jetzt schon mal da weitermachen. Das müsst ihr ja nicht immer dabei sein. Also ich werde jetzt ohne Ende hier Holz kloppen und unten die Terrasse fertig machen. Und dann sehen wir uns wieder. Bis dann. Tschüss.